So, wo bin ich denn hier? Genau, hier war die Tür. Aber natürlich nichts verloren. Alter Schweder. Großartig, viele Munition habe ich jetzt aber auch nicht mehr, ne? Das ist kacke. Oh. 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 Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chases to the elevator and then... James? What are you talking about? Just before. Don't you remember? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. Who do you want me to be? All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I know. I don't know. If you happen to make up your mind. I'll be waiting. I, uh... I'll find some way to... I'll come back, I promise. So... Das stand gerade noch nicht da. Das Haus aber auch nicht. Ach du Scheiße. What the fuck? What the fuck? Das fängt ja gut an hier. Okay. им was ich machen. Ich mache mich alles... umm... ich habe es mir 이� quier��iff. Was es auch ist, jetzt ist es abgeschlossen und hier ist irgendwie gar nichts drin. Mal drehen das Ding. Da muss doch irgendwas dran stehen, oder? Da oben. Alles klar. Da oben. Verstehe, okay. Was heißt, da muss ich irgendwie jetzt hochkommen? Hä? Ja gut. Wird es das jetzt wohl gewesen sein? Aha. Ja. Ja, es wird auch was. Ist ja alles verfault. Hier kommt jetzt irgendwas Fettes. Irgendwas kann ich gleich weglaufen. Sehe ich schon, komm. Oh, Munition. Den Knallstock am besten mal mitnehmen. Das Gewehr. Oh, ne. Ne, nicht schon wieder. Denk mal, bevor ich den jetzt losmache. Das ist ein Fleisch, sagt er, da oben hängt. Gehe ich mal lieber speichern. Okay. Ein Licht ist auch Ungewöhnlich hier Wow, da sind sie Und das sind sie nicht landen, egal was es ist. Oh, scheiße. Juhuhu. Gut, die heben das ganze Ding dann hoch. So kriegen die einen. Ich bin doch hier nie im Leben noch alleine. Ich wusste es. Bleib so wohl lieber. Will ich wissen, was da drin ist? Alter Schwede. Was ist das denn? Riecht bestimmt sehr appetitlich. Da liegt was drin, aber... Salmonellenrebellen, liebe Freunde. Pack da nicht rein. Hätte ich ja schon keinen Bock drauf. Was ist das? Terpentin? Oh. Aha, verstehe ich. Jetzt bin ich links gegangen. Jetzt kann ich geradeaus. Oh, die machen richtig Damage. Nein! Hier ist auch eine Sackgasse. Nein! Piss dich! Müsst man eigentlich irgendwie tot machen, die Viecher. So, also hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Gut, da ist eine Tür, die ist zu. Klar, warte mal, ich weiß, wie ich das Ding loskriege. Ich hab doch das Messer von der Angela dabei. Damit müsste es doch klappen. Oder wir müssen es anzünden, wie auch immer. Okay. Wenn das noch eine Tür war. Ja, klasse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020